Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich mich mal für meine vielen Abonnenten bedanken. Aktuell sind es 1083. Vielen Dank an alle, die mich abonniert haben. Ich hoffe, ihr euch gefallen auch meine Videos. Genau. Und daher wollte ich heute ein Abonnenten-Special machen. Der kleine Tyler unterstützt mich fleißig. Er hat nicht viel an. Ich zeige ihn euch kurz. Er hat nur den Body an und ist in diesem Sack eingekuschelt. So sieht der kleine Schatz aus. Das kleine Füßchen. Ah, ihr könnt die gerade sehen, ne? Hier. Hier auch. Da war eine. Genau. Und ich finde ihn viel besser in dem neuen Körper. Er ist viel beweglicher. Was ihr auch was sehen könnt. Genau. Ich habe mir überlegt, dass ich etwas verlose. Und zwar quasi das hier. Nur eben nicht meins. Also dieses hier. Das sind mobile. Nur eben nicht das. Ich habe eben noch eins gemacht. Und zwar, ich zeige euch das kurz. Vom Ding her genau gleich. Moment. Ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich gebe es aber hin. Genau. Dies hier. Stirn, Wolken und zwei Ollen. Und ihr habt da eben jetzt die Wahl. Entweder ihr lasst es so und könnt es so irgendwo hinnehmen. Also so. Zum Beispiel in die Wand oder so. Oder ihr macht es eben auch zu einem Ring. Ich kann das noch nicht als Ring verschicken, weil dann verknickt der Ring und dann ist das nicht mehr schön. Und dann wird das so reingemacht. Also hier sind so Löcher. Da könntest du durchfädeln mit einer Nadel zusammenknoten. Dann hält das. Und dann gegebenenfalls aufhängen. Beziehungsweise ich habe hier auch so vier Schnüre. Die könnt ihr dann dort jeweils befestigen. Und mit einem Faden und das dann so wie ich aufhängen. Ich kann das noch nicht fertig machen, weil das funktioniert eben leider nicht. Ich zeige euch das jetzt aber an diesem. Ich habe das hier durchgefädelt und dann einmal schön rumgewickelt. Und da habe ich jeweils einen Faden festgemacht. Und das Ganze dann da unten eben festgemacht. Mit so Patafix Kleber. Oder mit einem Reißnagel kann man das auch machen. Und dann habe ich das vorher ein bisschen runtergezogen. Genau. Dann sieht das so wieder aus. Genau. Und das verlose ich eben. Ihr könnt mir, ihr schreibt mir unten einen Kommentar. Wichtig, ihr müsst mich abonniert haben. Ihr könnt mir dann unten eben einen Kommentar hinterlassen, dass ihr da mitmachen wollt. Und dort schreibt ihr mir rein, was ihr am liebsten für Videos schaut. Das sind die drei Bedingungen. Ich schreibe es aber auch nochmal genau in die Infobox rein. Und den Termin schreibe ich auch in die Infobox. Der ist ungefähr in zwei Wochen. Dann. Genau. Ich freue mich, wenn viele mitmachen. Der Gewinner bekommt ihm dann die Eulen zugeschickt. Ich hoffe, dass Rosa passt. Wenn nicht, müsstet ihr euch halt melden. Dann müsste ich mir was überlegen. Genau. Das gibt es. Dann in der Verlosung. Und dann sage ich im Teiler vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.